Die vierte Folge bei Sing Mein Song 2016 ist der sogenannte Semi-Deluxe-Abend. Hier werden Semi-Deluxe-Lieder gecovert, beziehungsweise es ist auch ein Herr-Sorge-Lied dabei. Und es war eine bildungstechnische Katastrophe und eine musikalische Katastrophe. Für mich war am schlimmsten, dass man tatsächlich meinte, Nena hätte Fantasie gerappt. Das weiß jeder Trottel, dass das eine Gesangsstimme war, die die da benutzt hat. Das war keine Rap-Stimme. Sie hat Töne gesungen, zwar nicht komplexe, aber es war eine Gesangsstimme, keine Rap-Stimme. Und wer was anderes behauptet, wie zum Beispiel Herr Deluxe, beweist einfach, dass er eigentlich keine Ahnung von Rap hat. Jedenfalls nicht vom technischen Aspekt. Das zweite, was mich wirklich massiv gestört hat, waren inhaltlich falsche Texte. Weck mich auf und bis die Sonne rauskommt. Bei bis die Sonne rauskommt, kann man sich natürlich inhaltlich streiten. Ich meine, das ist ja eine Versymbolisierung, die man da meint, dass alles in Deutschland grau wäre und da sollen halt Farben her. Wenn man es aber sozusagen genau nimmt, passt das gar nicht. Ich meine, Deutschland ist zugeflastert mit Werbebotschaften, die uns manipulieren und für dumm verkaufen und so weiter und so fort. Also ich finde es völlig falsch zu sagen, Deutschland sei grau und deswegen muss die Sonne rauskommen und dass Farben kommen. Das ist völliger Schwachsinn. Wir sind übertüncht mit Farben und wissen gar nicht mehr, wer wir sind und wo wir hinwollen und so weiter und so fort. Und damit sozusagen vergiftet man uns und so weiter und so fort. Und bei Weck mich auf wird ja behauptet, wer zur BSE-Krisenzeit sozusagen trotzdem Fleisch gegessen hat, der war ein Manipulierter und hat sich sozusagen Gehirn waschen lassen. Das ist ja auch völliger Schwachsinn. Das ist ja genau umgekehrt. Wer sich hier sozusagen manipulieren hat lassen von den Medien und deswegen auf Fleisch verzichtet hat, der war ja eigentlich der Gehirn gewaschene, weil diese BSE-Krise war ohne Ende aufgebauscht. Also es gab ja wohl kaum oder keinen Todesfall wirklich und trotzdem haben wir jetzt hier irgendwelche Untersuchungen, die permanent gemacht werden, während es auf der anderen Seite massenweise Fleischskandale in Bezug auf Rinder gibt. Aktuell gibt es da eine ganz große Problematik, irgendeine Krankheit, die die Rinder haben. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie das heißt, aber politisch passiert nichts. Es wird groß nicht thematisiert in den Medien und so weiter und so fort. Also da werden wir Gehirn gewaschen. Also wir werden Tag und Tag täglich vergiftet, noch auf viele verschiedene andere Art und Weisen. Und das wird aber nicht thematisiert, wie zum Beispiel der BSE-Skandal. Und da behauptet Herr Deluxe sozusagen, wer da trotzdem Fleisch gegessen hat, der hat sich Gehirn waschen lassen. Es ist genau umgekehrt. Also inhaltlicher Schwachsinn. Und das hat mich massiv gestört. Und vor allen Dingen, dass es die Künstler selber nicht gestört hat oder es selber nicht wissen, zeigt ja sozusagen, dass sie selber keine Ahnung haben und sich sozusagen bildungstechnisch auch gar nicht mit irgendwelchen Sachen beschäftigen. Beziehungsweise mit sowas wie dem BSE-Skandal auch nicht wirklich beschäftigen, sondern alles nur oberflächlich mitkriegen. Gerade hier müsste der Verschwörungstheoretiker Xavier Naido, der müsste doch das eigentlich wissen. Ihm geht es ja um sozusagen Gehirnwascherei und so weiter. Aber nein, weiß er natürlich nicht. Na ansonsten hat Seven auch gezeigt sozusagen, dass er musikalisch noch was dazulernen sollte. Also er hat ja sozusagen dieses Habgehört gecovert. In einer merkwürdigen Version hat mir das nicht gefallen. War natürlich technisch gut gemacht. Da kann man nicht meckern. Also technisch war das gut gemacht. Aber hat halt nicht gepasst, meiner Meinung nach. Und was er falsch gemacht hat, sozusagen er hat mit einer Kopfstimme Deutsch gesungen. Und das klang merkwürdig, absurd und komisch, weil er sozusagen eine Kopfstimme gebildet hat, die er normalerweise für den englischen Gesang benutzt. Aber wenn ich auf Deutsch mit einer Kopfstimme singe, muss ich da eine andere Stimmmodulation oder sagen wir eine andere Klangfarbe erzeugen, damit es gut und sinnvoll klingt. So hat es geklungen, als singt halt ein Engländer oder sagen wir Amerikaner versucht, Deutsch zu singen. Und das klingt dann merkwürdig und war nicht gut. Ansonsten, der nie decken sein kann, von Bis die Sonne rauskommt. Habe ja schon gemeckert, dass es inhaltlicher Blödsinn ist, der Song jemals. Der hatte einen durchgenuschelt, wie der Sammy selber bei dem Ding. Ansonsten von der Louisian, das Herz gebrochen, fand ich sozusagen falsche Stimme oder beziehungsweise zu dünnes Instrumental mit zu dünner Stimme. Also das hätte irgendwas dicker sein müssen. Entweder hätte man eine dickere Stimme machen müssen oder ein dickeres Instrumental. Ansonsten muss ich sagen, das Beste war wirklich das Superheld von den The Boss aus. Aber das ist ja eigentlich auch inhaltlich falsch. Da wird ja die Behauptung aufgestellt von Sammy, es gebe keine schwarzen Superhelden. Das ist ja auch inhaltlicher, schwachsinniger, falscher Blödsinn. Da sieht man mal wieder sozusagen, Herr Deluxe kennt sich nicht mit dem Thema aus, über das er da schreibt, aber will ich es nicht weiter ausführen. Also man hat ja sozusagen auch hauptsächlich gezeigt, dass diese Leute zum einen keine Ahnung von Rap oder Hip-Hop haben und Herr Deluxe auch einige sozusagen, sagen wir mal, Bildungsschwächen in der Richtung hat. Und man hat halt gezeigt, dass man zum Beispiel, dass Herr Xavier Naido, dieses Weck mich auf, da fast nur A Cappella gesungen hat. Das zeigt natürlich auch zu sagen, dass hier viele musikalisch daran gescheitert sind, Rap-Songs in Gesangssongs umzubasteln. Also es war wirklich der schlechteste Abend überhaupt. Für mich natürlich super, weil dann habe ich viel zu kritisieren gehabt. Aber das passt natürlich den Sammy Deluxe-Fans nicht oder den Fans der anderen Künstler, dass ich hier was Kritisches sage. Also es war wirklich meiner Meinung nach ein sehr schlechter Abend, auch wenn man sozusagen diese musikalischen Falschheiten oder sagen wir sozusagen diese Falschbehauptung über Lenas Rap wegstreicht und auch sozusagen den inhaltlichen Blödsinn wegstreicht, der da gesungen wurde, war es auch sozusagen ein musikalisches Scheitern der meisten Leute da. Also das Einste, was wirklich gut gemacht war, war das von The Boss House, aber das hat mich halt nicht wirklich vom Hocker gerissen.